Als Giri Nukata startet aus Dai Chodan noch einmal und ist ein Chodan Giri. Schritt nach fort. Jetzt ist mein rechtes Bein vorn, mein Schwert ist unten und aus der Position mache ich ein Agi Giri. Zurück. Hasso Nukamai. Aus Hasso Nukamai Togiri. Wieder Schritt nach vorn. Yaku Hasso. Schritt zurück. Togiri. Hasso. Aus der Position ein Kesagiri. Schritt nach vorn. Yaku Giri. Schritt zurück. Hasso. Aus der Position Yaku Giri. Yaku Hasso. Schritt zurück. Rechter Fuß zurück. Rechter Fuß zurück. Agi Giri. Hasso Nukamai. Rechter Fuß geht vor. Togiri. Yaku Hasso. Rechter Fuß geht zurück. Togiri. Hasso. Rechter Fuß geht vor. Togiri. Yaku Hasso. Rechter Fuß Rechter Fuß geht zurück, Kärtenkirchen, rechter Fuß geht vor, Kärtenkirchen, rechter Fuß geht zurück, Kärtenkirchen, 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 fütenkirchen, kärtenkirchen, rechter Kärtenkirchen, Training und Kärtenkirchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.